Freunde, was geht damit? Herzlich Willkommen zu einem weiteren XP-Glitch-Video auf meinem Kanal. Es gibt mir einen richtig krassen, neuen, unendlichen XP-Glitch, den ich euch jetzt, wie gesagt, zeigen werde. Dafür, Freunde, müssen wir einfach genau diesen Insta-Code eintragen. 590580146730 Ganz normal Ender, Freunde. Ganz normal spielen. Erstmal hier privates Match-Bitte machen. Jetzt kannst du mal in die Map reingehen. By the way, wenn du heute neu bist und du keinen einzigen XP-Glitch mehr verpassen willst, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere Glocke, denn ich lade für euch immer die neuesten Glitches hoch. Bevor wir jetzt aber anfangen, Freunde, schaut gerne alle mal auf meinem Twitch-Knapp vorbei. Link dazu in der Beschreibung, Freunde, kommt gerne rüber. Wir zocken ein bisschen Box, machen Relic-Six-Hole, machen One-E-Wans. Kommt gerne rüber, jeden Tag vielleicht live auf Twitch, gerne vorbeischauen und jetzt let's go ins heutige Video. Einfach hier Spiel starten machen, Freunde, auf ganz, ganz easy. Dann jetzt, Freunde, einfach warten, bis das Game bei euch komplett startet. Hier müsst ihr keinen Cradle-Code eintragen. Ganz wichtig, bitte nicht auf alle Content-Code hören, die immer sagen, tragt einen Cradle-Code ein und mein XP bringt einfach gar nichts. Jetzt, Freunde, einmal einen Cradle holen. Dann müsst ihr einmal hier einmal rausgehen. So, jetzt müsst ihr einmal hier runterfliegen, einmal auf den Boden, denn wir müssen einmal hier nach ganz oben gehen. So, Freunde der Sonne, einmal dann hier nach oben mit dem Cräpler. Einfach so. Moment, bisschen drum. Perfekt. So, zack, einmal hoch. Dann hier so hinbauen. Dann nochmal nach oben. Dann nochmal nach oben. Wir müssen quasi ganz hier nach oben. Dann laufen wir einmal immer geradeaus, Freunde. Bis nach ganz hinten jetzt, wie gesagt. So, einmal hier rüber. Dort, Freunde, finden wir jetzt gleich, oder werden wir finden, ein geheimen Button, nämlich Secret XP. Da klicken wir einmal drauf. Und jetzt, Freunde, bekommen wir auch schon AFK unendlich XP. Das Ganze will doch unendlich, Freunde. Falls ihr keinen XP mehr bekommen solltet, liegt es entweder daran, dass ihr kein XP-Limit mehr habt. Und wenn ihr jetzt dann gar keinen XP mehr bekommt, Freunde, müsst ihr ganz leider nochmal von neu machen, um wieder so viel XP zu bekommen. Aber das Ganze ist AFK-Heiz. Ihr könnt immer währenddessen immer chillen und müsst nicht immer an der Taste klicken. Ich hoffe, Freunde, das kurze, kleine XP-Limit hat euch gefallen. Lasst euch jetzt auch noch ein Abo da, falls ihr mehr von solchen XP-Limit sehen wollt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö, bitte. Tschö, bitte.